Einer der Hauptvorteile der Reverse Engineering Software DesignX ist der nahtlose Transfer eines parametrischen CAD-Modells mit Konstruktionshistorie in eines der gängigen CAD-Programme. Dies ermöglicht die Integration von 3D-Scans in die bestehende CAD-Infrastruktur. Wir zeigen anhand von SOLIDWORKS, was bei der Betragung zu beachten ist. Ein rückgeführter 3D-Scan kann in DesignX als CAD-Modell inklusive Modellbaum mithilfe der Funktion Live-Transfer nach CATIA, SOLIDWORKS, AutoCAD, Creo, NX oder Inventor exportiert werden. Wir zeigen die Funktion anhand des Transfers des rückgeführten 3D-Scans eines Impellers nach SOLIDWORKS. Für eine reibungslose Übertragung sollten folgende Punkte beachtet werden. Das CAD-Programm, in welches Sie das Modell übertragen möchten, muss auf dem Rechner installiert sein. Während der Flächenrückführung sollte das Modell möglichst mit den gleichen Features aufgebaut werden, wie Sie es auch in Ihrem Konstruktionsprogramm tun würden. Dadurch verhindern Sie Fehlermeldungen, die durch den Verstoß gegen Konstruktionsregeln Ihres CAD-Programms entstehen. Die Fehlerliste sollte per Rechtsklick auf die graue Leiste im unteren Bildschirmrand aktiviert werden. Nach Auswahl der Zielsoftware prüfte sein X die bei der Rückführung verwendeten Features auf Kompatibilität mit der CAD-Software. Wenn Sie Ihr Exportziel vor der Rückführung kennen, kann diese Funktion auch bereits vor der Rückführung aktiviert werden. Sie erhalten dann bereits während der Flächenrückführung eine Warnmeldung, wenn ein Feature nicht mit Ihrem CAD-Programm kompatibel ist. In unserem Fall zeigt die Fehlerliste zwei Fehlertypen. Einmal Elemente, die nach SOLIDWORKS transferiert werden können, dort allerdings nicht bearbeitet werden können. Und der zweite Fehlertyp ist ein Feature, das nicht nach SOLIDWORKS übertragen werden kann. Um den Live-Transfer zu starten, wechseln wir in die Registerkarte Start und klicken rechts auf die Schaltfläche Live-Transfer. Wählen Sie Ihr CAD-Programm und anschließend den Startpunkt des Transfers in der Konstruktionshistorie. Wir möchten den gesamten Modellband übertragen und belassen daher die Standardeinstellung. Wenn das CAD-Programm noch nicht geöffnet ist, startet es automatisch mit Beginn des Live-Transfers. Wenn der automatische Start Ihres CAD-Programms nicht funktioniert hat, muss der Programmpfad mittels der Option Benutzerdefinierten Startpfad verwenden manuell verknüpft werden. Das Programmfenster Ihres CAD-Programms zeigt nach dem Start den Aufbau des Modells. Wenn während des Transfers ein Fehler auftritt, wird dieser angehalten und Sie erhalten eine Warnmeldung mit der Information zum betroffenen Feature. Hier stoppt der Prozess aufgrund eines Fehlers mit dem Transfer des Features Rotation 2. Die Fehlerquelle können wir direkt in SOLIDWORKS prüfen. Die Ursache ist in diesem Fall die Skizze 2, die die Anforderung von SOLIDWORKS an eine Kontur zur Flächenextrusion nicht erfüllt. Das Profil schneidet die Mittelachse, was in SOLIDWORKS zu einem Fehler führt. Wir verkürzen die Linie entsprechend in DESIGN-X und starten den Live-Transfer erneut. Ein unterbrochener Transfer kann auch nach der Behebung einer Fehlerquelle fortgesetzt werden. Insbesondere bei größeren Anpassungen funktioniert ein Neustart des Live-Transfers erfahrungsgemäß aber besser. Nach dem Neustart stoßen wir auf ein weiteres Hindernis bezüglich der Mittelachse. Diese muss anstelle einer normalen Linie als Mittelachse konstruiert sein. Die Verletzungen solcher Konstruktionsregeln des CAD-Programms können also auch zu Fehlern im Transfer führen, obwohl diese nicht in der Fehlerliste angezeigt werden. Deshalb sollte die Flächenrückführung in DESIGN-X möglichst ähnlich aufgebaut werden wie eine Konstruktion in Ihrer CAD-Software. Das Feature Flächenversatz 1 wurde uns bereits im Voraus in der Fehlerliste als inkompatibel angezeigt. Der Flächenversatz von 0 mm dient in der Konstruktion dem Einschluss der Schaufelform. Dieser Befehl ist allerdings nicht mit SOLIDWORKS kompatibel und wir müssen eine Alternative suchen. Die Erzeugung dieser Fläche lösen wir zur Korrektur mittels einer zweiten Rotationsfläche. Dafür erstellen wir eine neue Skizze und rotieren diese um unsere Mittelachse. Die so erzeugte Oberfläche wählen wir dann im Befehl Körper erzeugen als neue Einschlussfläche für die Schaufel des Impellers. Das Feature Körper erzeugen generiert nach der Anpassung den Warnhinweis, dass der Export nach SOLIDWORKS zwar möglich ist, das Feature allerdings im CAD nicht verändert werden kann. Das ist in unserem Fall kein Problem, da eine Anpassung der Schaufelflächen in SOLIDWORKS nicht vorgesehen ist. Damit können wir unseren Live-Transfer wieder fortsetzen. Dafür prüfen wir, bei welchem Feature der Live-Transfer abgebrochen ist und aktivieren vor dem Start des Live-Transfers die Option vom ausgewählten Feature fortfahren. Abgebrochen ist der Transfer nach dem Feature Rotation 2. Daher wählen wir in der Konstruktionshistorie die neue 2D-Skizze 5 und setzen den Transfer mit einem Klick auf die Schaltfläche OK fort. Damit haben wir den Fehler korrigiert und man sieht die erfolgreiche Musterung der Schaufel um die Mittelachse. Einen weiteren Abbruch des Transfers erhalten wir bei dem Befehl Verrunden 5. In diesem Fall wurde eine Extrusion davor in die falsche Richtung ausgeprägt und die Kante für die Verrundung ist nicht vorhanden. Der Fehler ist aufgetreten, da wir mehrere Extrusionskonturen in einer Skizze vereint haben. Dies kann beim Transfer ebenfalls zu Problemen führen. Deshalb erstellen wir für die Bohrungskontur eine separate Skizze. Den Befehl Extrusion 2 passen wir an, indem wir die neu erstellte Skizze 6 als Basisskizze festlegen. Nach unseren Änderungen starten wir den Live-Transfer erneut. Das Modell baut sich im Programmfenster von SOLIDWORKS wieder Schritt für Schritt auf. Durch unsere Korrektur funktioniert auch die Extrusion wie gewünscht. Wir erhalten die Meldung Export erfolgreich. Das heißt, der Live-Transfer hat vollständig funktioniert. In SOLIDWORKS haben wir jetzt das parametrische Modell mit dem gesamten Modellbaum und können alle unterstützten Elemente bearbeiten. Der Live-Transfer des parametrischen CAD-Modells bietet gegenüber dem Export einer Step-Datei also wesentliche Vorteile. Analog funktioniert das in allen gängigen CAD-Programmen, sodass auch ein Transfer eines Bauteils in mehrere CAD-Programme möglich ist. Bei Fragen zum Live-Transfer oder anderen Themen in DesignX können Sie uns gerne über das Kontaktformular auf unserer Website kontaktieren. Also von 132 Jahren, wenn wir in der Reihe von K Excellent-Datei Partner in den토 100 Stück haben, dann gibt es noch eine Frage dem Projekt, Günther wirkliche Vorteile, Menschen, könnt ihr qui sonst noch beherrihen, wirklicheoopige Möglichkeiten das bisherige Koalige handmade ansteine Gesetz haben. Und schon Oohern, folgen Sie nach einem Beitrag des Verkehrs. Rs. volunteeringst die letzten drei stray까-Modells.